Warum eigentlich Rot? Die Farbe der Lust. Aber auch der Gefahr. Was, wenn es mir nicht gefällt? Zudem, wenn ich mir selbst gefalle, gefalle ich auch dir. Und allen anderen. Eifersüchtig? Ich bin schon gespannt, wer du morgen bist. Vielleicht etwas männlicher. Wir haben doch alle Seiten des anderen Geschlechts. Du bist auch dabei. Einen Mann zu verführen ist wahrlich keine Kunst. Bitte ihm einen schönen Apfel an und schon beißt er rein. Heutzutage bewegt sich jeder wie in einer unsichtbaren Blase, Einsamkeit, wenn man auch blickt. Die Augen der anderen sind unsere Spiegel, aber ihr Glanz ist erlöscht.